Bingo! Oh. Freya, die Stadt ist ein Problem. Oh Gott, wir haben... Los, ihr beiden! Ähm, aber was ich jetzt nicht verstehe ist, wie haben die es denn hingeschafft? Und da kommt Beatrix, ich hab's doch gesagt. Ha! Sie sind drauf reingefallen. Bullshit! Bull... What the hell is this? Abgegradete... Schwarzmagier... Ungar! Fast schon... Wow! Die sind abgegradet, die tragen jetzt lila Klamotten. Und lila macht anscheinend stärker. K... But they don't get brain power. Kupo! Der Mogri! Und wie hieß er? Ähm... Die Stadt ist voll von Dämonen. Sie kommen einfach immer... Oh... Okay... Boom! So, wen überrascht das? Wir dürfen gegen einen schwarzen Magier kämpfen. Gegen einen oder gegen zwei wieder? Ich weiß es grad nicht. Ich tippe auf zwei, wenn ich ehrlich bin. Nein, nur einer. Das ist keine Herausforderung. Attack... Brezel... Und... Osmose. Osmose klingt nicht nett. Ich glaub, es zieht mir eher MP. Ja, es draint MP. Das heißt, er kriegt diese dann noch. Das ist mies. Die, Bitch! So. Dann geht's weiter. Mimik-Card. Oh, so langsam krieg ich Karten, die ich nie nutzen werde. Yay! Wird mal hier rechts noch gucken, ob hier noch was ist. Hier ist... Filzkin! High Potion, Eta, Schur. Gib her. Danke, Kind. So, Mognet. Du hast nichts gefallen. Brief zu Serino. Kann ich machen. Wenn du für mich einmal speicherst. So. Und ich weiß, einige werden mich dafür hassen. Aber... Ich... Nein, ich kann hier keinen Cliffhanger machen. Das... Krieg ich nicht übers Herz. Kann ich hier einen Cliffhanger machen? Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie extrem es sind in der Ecke. Und... Kein Cliffhanger. Gut. Wir spielen weiter. Wir... retten Claywa. Na! Oh Gott. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Komm, 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 komm. Aber das ist jetzt ein Problem. Wenn wir jetzt nur diese beiden Claywana da retten wollen. Immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder. Da laufen wir wie die Blöden hin und her. Und die rennen das Dorf nieder. So. Kill... Blackmagic. Fandara. Wer hätte es gedacht. Fandara! Und auf den kann ich jetzt schon. Oder auf die viel eher. Ich glaube, ich kämpfe gegen Frauen. Was ist denn das? Es sind... Escape. Oh, das ist mutig. Blitzara. Auf Freya. Auf Freya. Bitte auf Dank. Ja, gut. Solange ihr auf Freya geht, ist das echt hilfreich. Critical. Oh, die ist weggewemst. Die wurde weggewemst. Wow. Irgendein Killer gelevelt. Ähm... Das... Muss die Hauptattacken einhalten. Ohhh... Was ist los? Okay. Okay, die lassen gerade nicht nach und das will mir nicht gefallen. Genauso wenig will mir gerade die Legs gefallen wollen. Diese leichten wieder. Okay, ich würde sagen... Attack. Bauts. Und noch ein Attack. Aber ich würde dann doch sagen, ich mache ihr Schluss nach diesem Kampf. Weil. Weil diese Legs mit der Zeit nicht schön sind. Ganz ehrlich. Komm schon. Thandara, das soll ich Ihnen erledigen. Das sei denn, er ist irgendwie Magie-Special-immun oder so. Nein, ist er nicht. Er ist sogar noch weak gegen Magie. Anscheinend. Ein bisschen weak, auf jeden Fall. So, press X to confirm. Würde ich gerne. Aber es hängt. Ja. So, ha. They got nothing on me. Aber die Stadt ist in Schwierigkeiten. Richtig. Ey, Mero, du willst mich verarschen. Ich kann kein... Ich kann nicht pass... Okay, es läuft wieder flüssig. Ich sag gar nichts. Pfeile sind auf dem Weg hier noch auf. Ähm. Wir flohen. Nicht in der Lage, noch weiter Widerstand leisten zu können. Verdammt. Ähm. Was sollen wir tun? Geht's hoch. Let's head up. Moment. Einmal Aufnahme-Neustart. So. Und das war eine Scheiß-Idee. Kill. Pfft. Husa. Nicht schon wieder. Wir sorgen dafür, dass das komplett kleohanische Volk ausgerottet wird. Awesome. Wer schuld? Der Mero. Gegen einen Black Mage. Cute. So, Tag. Da wende ich mit Vivi nicht einmal Magie an. Fira. Fira war Stufe 2. Fira auf Freya ist genial. Ganz ehrlich. So, Tag. Und. Kill. Perfekt. Dann. Greifen wir wieder die EP ab. Noch eine Mimik-Card. Noch eine Potion. Und. Lasst mich überlegen. Ich geh hoch. Ich geh nicht hoch. Ich geh nach rechts. Wo ich die Priester hätte hinschicken sollen. Wow, da rennen Kinder. Habt ihr meinen Ehemann gesehen? Papi ist verschwunden. Ah. Geht nach links. Let's go left. Oh Gott. Schwarz Magier unten soll... Nein. Bullshit. Tetere, Tetere. Ähm. Attack. Black Magic. Du machst definitiv einen Fun darauf alle. Es geht nicht anders. Es geht einfach nicht mehr anders. Und ich will erstmal den Schwarz-Mangel loswerden. Black Mage. Komm. Killing. Escape. Habt ihr Angst vor mir? Was? Eta. Auf Bibi. Aber ich verstehe gerade echt nicht, warum... Blizzara. Auf Himero. Das ist nicht gut. Attack. Ja, ich verstehe nicht, warum die die ganze Zeit auf Freya gehen. Ich meine, wenn meine Trance-Leist von einem Bosskampf so schön voll ist, dann ist das von Vorteil. Bedeutend von Vorteil. Wirklich bedeutend. Bedeutend von Vorteil. Wenn ich gleich mit Emero zum Beispiel in den Trance komme, dann habe ich sowas von gewonnen.